Hallo, hier ist BibleTunes und die neue Staffel Bibel lesen mit Detlef. Was hat eigentlich Jesus selbst über die Bibel gedacht? Welche Überzeugungen hatte er? Was finden wir dazu in den Evangelien? In Matthäus 5, Vers 17 und 18 sagt Jesus folgende bekannte und starke Worte. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz, also die Tora oder die Propheten, also die hebräische Bibel, außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Das ist das Erste. Die Tora wird nicht außer Kraft gesetzt. Jesus ist gekommen, um sie aufzurichten, um sie zu erfüllen. Und dann sagt er in Vers 18, denn ich sage euch, Solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz, von der Tora vergehen. Alles muss sich erfüllen. Das ist die tiefste Überzeugung von Jesus. Solange diese Erde steht, wird nicht vergehen ein Strichlein vom Gesetz. Damit meint er den hebräischen Buchstaben Jod. Und dieser Jod, was unserem I entspricht, hat im Hebräischen so ein kleines Tüpfelchen, so ein Strichlein, so eine ganz kleine Ecke. Und das meint Jesus, dieses kleine Strichlein, was man fast schon übersieht. Selbst das wird nicht vergehen. Die Tora hat 304.805 Buchstaben und ganz viele Jods und ganz viele Strichleins. Und keins von diesen Strichleins wird vergehen. Gott achtet auf sein Wort. Es wird sich alles erfüllen und es bleibt in Ewigkeit. Es hat Bestand. Das heißt, wenn du dein Leben auf die Autorität der Schrift stellst, unter die Autorität der Schrift stellst, wenn du dein Leben nach dem Wort Gottes ausrichtest, dann hat das Bestand. Dann hast du einen sicheren Halt. Das ist einfach ganz klar das Bild, was Jesus vermittelt. Aber gehen wir mal weiter durch verschiedene Aussagen und Überzeugungen von Jesus. Das hilft uns, die Kraft der Bibel und die Kraft des Wortes Gottes zu verstehen. In Johannes 6, Vers 63 sagt Jesus, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Worte, die er gesprochen hat, es sind die Worte vom Vater, die er gesprochen hat. Worte der Schrift, die er gelehrt hat. Seine Worte, sie sind Geist und Leben. Das erinnert uns an 2. Timotheus 3, 16. Alle Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich für das Leben. Es lebt. Es ist ein lebendiges Wort, ein lebendiges Schwert, Hebräer 4, 12. Genau das ist das, was Jesus sagt. Diese Worte sind keine leeren Worte. Es sind nicht irgendwelche Worte, irgendwelche profanen Worte. Es sind heilige Worte. Es sind besondere Worte. Es sind Worte mit Kraft. Es sind Worte mit Geist. Es sind Worte mit Leben. Und sie durchdringen uns und sie machen uns lebendig. In Johannes 5, Vers 39 sagt Jesus, ihr durchforscht die heilige Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Das machen die Jünger. Sie durchforschen die Schrift, die heilige Schrift. Ein anderer Begriff für die Bibel und das Wort Gottes. Und Jesus meint hier das Erste Testament. Das Alte Testament. Ihr durchforscht es, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Hast du das gewusst? Dass du das Leben findest im Wort Gottes. Ewiges Leben. Leben, das von Gott kommt. Und jetzt sagt Jesus, und tatsächlich weist gerade sie, also die Schrift, auf mich hin. Das heißt, du findest Jesus in der Schrift. Das sagt Jesus selbst. Jesus sagt, schlag die Schrift auf, erforsche die Schrift und du findest mich und damit auch das ewige Leben, weil ich gebe dir das ewige Leben. Wer an mich glaubt und mir nachfolgt, der hat das ewige Leben. Das sagt Jesus. Das heißt, hier haben wir so ein Dreieck von Schrift, Jesus und denjenigen, der die Schrift liest, nämlich du und ich. Du liest die Schrift, du findest Jesus, du findest ewiges Leben, Geist und Leben. So ist das. Und das hat Bestand bis in Ewigkeit. Das hört nicht auf. Es wird nicht vergehen. Also was hindert uns noch daran, den Reichtum der Schrift zu erforschen? So wie die Menschen in Berühr, von denen wir in Apostelgeschichte 17 lesen, Juden, die in Berühr waren, waren nicht so voreingenommen wie die in Thessalonich. Die haben Paulus, dem Apostel, nicht geglaubt und seiner Botschaft nicht vertraut. Die waren anders in Berühr. Was haben sie gemacht? Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Heilige Schrift, das Erste Testament, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Also was haben die gemacht? Die haben ihre Bibel ausgepackt, die haben die Schriftrollen ausgepackt und die haben selbst gelesen in der Thora, in den Propheten, ob das stimmt. Ja, das haben sie geprüft, ob das stimmt, was Paulus sagt über Jesus. Dann haben sie gelesen und erforscht und dann haben sie gemerkt, das stimmt. Sie haben nämlich Jesus gefunden. Sie haben das Leben gefunden. Sie haben die Schrift erforscht, so wie Jesus sagte, und ewiges Leben gefunden. Und die Folge war, Vers 12, dass viele von ihnen zum Glauben kamen. Wenn du die Schrift studierst und liest, dann kommst du zum Glauben, beziehungsweise dein Glaube wächst. Dein Glaube wird gegründet. Das, was die Emma aus Jünger auch schon erlebt haben. Ich wiederhole mich hier. Außerdem noch eine beträchtliche Zahl einflussreicher griechischer Frauen und eine ganze Reihe griechischer Männer. Da kamen viele durchs Bibellesen zum Glauben. Hey, das ist das, was ich dir so wünsche, dass du den Reichtum der Schrift erforscht und dass du Jesus entdeckst, dass du das Leben entdeckst. Lass uns das gemeinsam tun. In den nächsten Episoden, im Rest der Staffel wollen wir gemeinsam forschen, gemeinsam entdecken. Wir wollen das tun, was Paulus in Kolosser 3, Vers 16 rät. Da sagt er nämlich, ich zitiere, lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Oder anders ausgedrückt den anderen Übersetzungen. Lasst die Botschaft von Jesus, das Wort Gottes, reichlich unter euch oder in euch wohnen. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg und das mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge, von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Und alles, was ihr sagt, alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Lasst uns das tun. Das Wort Gottes, die Bibel, die Botschaft von Jesus mit seinem ganzen Reichtum unter uns wohnen lassen, damit Bibellesen zu einer guten Gewohnheit und Routine wird. Ich lade dich herzlich dazu ein und freue mich jetzt auf die nächsten Episoden, wo wir die starken Bilder der Bibel entdecken werden, die voller Geist und voller Leben sind.